Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, GZSZ, Vorschau Mittwoch 15. Februar 2023 Folge 7706 Laura spielt Yvonne und Gerner etwas vor. Moritz will Laura unterstützen. Laura tut vor Yvonne und Gerner so, als fürchte sie sich vor Schutzgeld erpressern. Zwar betont sie, dass sie selbst die benötigte Summe zusammenbekommen wird, doch wie erhofft setzt Yvonne sich dafür ein, dass Gerner Laura finanziell hilft. Moritz fühlt sich für Lauras Geldnot mitverantwortlich und versucht, selbst an Geld zu kommen. Als er einem alten Bekannten begegnet, kommt er auf eine andere schnelle Einnahmequelle. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.